Guten Morgen, die Nacht war so richtig widerlich gewesen. Die ganzen Nacktschnecken haben mich so richtig belästigt. Die sind die ganze Zeit über mich rüber gelaufen, mit Schleim und so. Weil guckt mal hier, hier auf diesem Pullover ist ganz viel Schleim drauf. Hier in meinen Schuhen ist auch so eine Schleimspur drauf. Mein ganzer Schlafsack ist hier so richtig voll von diesen ganzen Schleimspuren. Ich bin sogar mit ganz vielen Nacktschnecken aufgewacht, die waren unter mir. Unter meinen Schlafsack, das war voll scheiße. Und eine Nacktschnecke, also die hat mich so geweckt. Die ist über meinen Kopf, über meine Stirn rüber gekrabbelt. Das war so richtig widerlich gewesen. Das war ein richtig ekelhaftes Gefühl auf der Stirn, wie die mit ihren Schleimen hier rüber gekrabbelt ist. Das war eine richtig widerliche Nacht gewesen. Guckt euch mal an, wie versaut mein Schlafsack hier vorne ist. Hier sind überall diese Nacktschnecken-Schleimspuren. Und guckt mal, hier vorne liegt schon wieder eine Nacktschnecke. Und hier kriecht auch eine rum. Guck mal, auf meinem zweiten Pullover ist auch ganz viel Schneckenschleim drauf. Sogar auf der Kopflampe ist Schneckenschleim drauf. Selbst auf meiner Schiene ist ganz viel Schneckenschleim drauf. Das haben genau diese Viecher hier vorne verursacht. Die stört. Die stört mich, denn das stört den Natururin. Das ist voll scheiße.